Let's start the fourth part of the tour from Cadaqués, which you see here, to El Far de Cala-Nin. Jetzt beginnen wir den fünften Teil der Walking Tour von Cadaqués, was ihr hier seht, nach zum Leuchtturm El Far de Cala-Nin. Und jetzt sind wir die Partie 5 des Walking Tour von Cadaqués, was ihr hier seht, nach El Far de Cala-Nin, was ihr hier seht, nach El Far de Cala-Nin. Und es ist hier, der Weg, und wir gehen zusammen. Wenn du dir einen Like hast und eine Subscribe zu meinem Kanal, das hilft mir mit meinem Film für die belleza von Cataluña und Spanien. Also lasst ein Like und abonniert meinen Kanal. Und share the videos so that other people see the beauty of Cataluña as well. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal. Das wäre super, dann helft ihr bei meiner Arbeit zu filmen hier. Das möchte ich Vollzeit machen. Wäre klasse, wenn ihr mich unterstützt und ich bringe euch dafür einen super Mehrwert. Diese Schönheit von Cataluña hier und jetzt diesen Weg, der fantastisch ist. Und ganz lieben Dank dafür. Voilà. Vous pouvez faire eine Subscribe zu meinem Kanal und kompartner die Videos mit d'autres Menschen, die auch die belleza von Cataluña. Und diese belle Randonnée hier. Okay, on y va. Let's go. Vamos. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Das ist gut, der Weg, hier vor? Ihrer geht's? Auf geht's. Oh, super. Was ist der Weg die da unten? Es ist ein Pfarr, es ist nichts. Es ist nichts? Nein, es ist nichts. Wir sehen uns. Ihr seid franzais? Ja. Wir sind in französisch? Es ist alles fertig? Ja. Ihr seid hier in der vacanzösischen Zeit? Wir sind nur hier in der Zeit. Wir sind hier in der Flanze, nach der Französse. Es gibt keine Probleme mit dem Test PCR? Ja, aber wir haben nicht mehr kontrolliert. Danke. Wir haben einen Kanal YouTube. Vous parlez auch anglais? Nein. Walking tour? Walking, caminando? Ja. Jansa ou Kadaques? Ja. Mikara? Ihr wisst es. Es ist ein Logo mit Mikara. Mit meinem Gesicht, ihr wisst es. Danke. Ihr könnt ihr ein Like und eine Subscribe auf den Kanal abonnieren. Ja. Bonne journée. Ciao. Und danke für die Information. Bonne journée. Ciao. Ich habe gerade mit den zwei Damen gesprochen aus Frankreich und sie haben gesagt, dass sie in die Ferien in Argel-Türmer sind und für einen Tag hierüber gekommen sind zum Wandern nach Kadaques und da ist ein Leuchtturm, wo wir jetzt hinkommen. Wie gesagt, es scheint kein Restaurant zu sein. Das ist natürlich schwer für mich. Ich hätte gerne mein Espresso, wie ihr wisst. Aber auf geht's, wunderschöner Weg hier. Und hier. Wie gesagt. Ihr habt ja schon gehört, was die zwei Damen der Franzosen gesagt haben. Jetzt sind diese zwei Frauen von Frankreich, so sehr kalt, die haben gesagt, dass sie in der Zeitung sind in Argel-sur-Mer, in der anderen Seite der Frontier, in Frankreich. Und sie haben die Frontier mit einem PCR-Test für Covid-19-Test. Das war kein Problem. Und jetzt werden wir wieder zurück in Frankreich, nach diesem Weg. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ist es gut sein, dass es da? Ja. Ist es gut? Ja, es gut. Vielen Dank. Und froh. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja? Ja. Ja. Wow. Wow. Vamos a ver ahora. Para la gente. Ahora el tramo ya es fácil. Es fácil. Es bastante llano. Ok. Muchísimas gracias. Venga. Ciao. Ähm. Die zwei haben auch gesagt, es sind wunderschöne Views, die jetzt kommen. Und der Weg ist einfach zu gehen, sie sagten. Die zwei, der Herr und der Dame haben gesagt, der Weg ist super jetzt einfach zu gehen. Und die, ähm, die, ähm, die Ausblicke sind genial. Dann schauen wir uns das doch an, ne? Muss es gut sein, wenn die das alle sagen. Und, äh, voilà. Äh, Monsieur, la dame hat gesagt, c'est super, le chemin, là. On va va. Voilà, ça commence, des belles Vuelnes, on dit. Ja, ça commence, on va, déjà là, non? Bonsoir. 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 Wow, wirklich schön, ne? Wonderful. My God, look at this, this is really beautiful. Really, really nice. I hope this is the right, which is the way to go to the walking tour and to walking tour, not to the beach, but to the Far Gala de Nin. It's written nuns, but it's pronounced nin, as these two ladies told me before. So let's go there. I feel like in a movie Indiana Jones. Ich fühle mich wie der Herr der Ringe oder Indiana Jones. Der Weg ist ganz schmal, aber leicht zu gehen. Ich fühle mich wie der Ringe. Ich fühle mich wie in der Film Indiana Jones. Der Weg ist sehr klein, aber ein bisschen. Ich fühle mich. 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 Really, really nice. Wow, beautiful is this. Let's go on. wir lassen die junge dame vorbei weil sie schneller gehen möchte joggen ich habe die dame verabschiedet, sie sehen die Lübitte, ich möchte den Jogging ein bisschen schneller gehen, dann geht es, und wir gehen auf den Jogging I remember when I was talking in one video to the French in this election, in this cycle of walking tours on the beach of Gadaques and to the Far Gala des Nin, I was talking to two French, a woman and a girl, and they are on this boat over there, I met them again and they told me about that they are like on the boat cycling and going, going, and you can see them over here, you see them on this boat there, and they're going to, where was it again, they, let me think about it, it was a long journey here in Spain, one of the islands of Spain, they want to Ibiza, I think they wanted to go with this boat, beautiful, I think. Here is the boat. See the French flag, very nice, they are all down there, they are. Maybe they are waving, no, they can't see me up here. Can you see this view? Can you see this view? You can see this view of France. Also, you can remember, you are sure there are French people, but if you look at the Ibiza-Cyclus here, Gadaques, to the Far, to the Leuchttürmer, then there are the French people, they have said they are here on the boat, and they are going to Ibiza, I believe, They are French people, they are in the boat, and they are going to Ibiza. We are going to discuss a bit with them, and we are going to continue. These two are French people in the boat, and they are going to Ibiza. And we are going to Ibiza. We are going to Ibiza. And we are going to Ibiza. The Fah is the challenge. Now, the Fah, the light tower, the lightning tower, the light tower, is the goal. And we are going to take a water right there. If I want to be able to determine the fish where we are, and it is good to be able to get everywhere, it is great to see as the sea. And we are going to take a break. This is a little bit more from the sea, but with the sea and a little bit more and more. Das war's für heute. 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 And I'll leave you, and I'll leave you with this view. Have a good day, have a good day, bye bye, goodbye, au revoir, adios. Das war's für heute.